So, dann gibt es hier mal wieder eine Wunde. Wurde sich gewünscht, 4 Euro und 50 Cent für Space. Torbos ist unmöglich. Oh, eine fehlt. Schade. Oh, das war schon mal die falsche Richtung. Ja, das war schon mal besser. 130. Oh, hierher, komm. So, viel dazu. So. 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 Ah, jetzt legen wir das noch mal hin hier. Oh, boh, boh, möckig. Vmisch. Oh, boh, 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 boh. Oh, boh, boh, boh. Oh, boh. Das ist eine Lange mit einer Branche. Dann gucken wir uns mal jede 10er Runde an und schauen wie viel stehen bleiben. Oh gleich 3er, sehr schön. Oh es kommen ein paar jedem noch. 1.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 4. 66, naja? Nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal, was hier los ist. Wild Rock. So, das ist eine Runde. Goldene Mitte. So, das ist eine ordentliche Runde. So, nicht abhauen. Das war schon mal ein Griff im Klo. So, das war schon mal. So, das war schon mal. nicht abhauen haut nie hin hier 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 Oh mein Gott, nochmal Karte, vergelgen wir da wieder, oder? Ja, war so klar, Mann ey. Tja, da haben wir wohl gerade die Brille auf. Was hat er gebracht? So, dann gibt es hier mal 10 Freispiele, 2€ ein Satz. Oh, das sind aber wenig. Ah, nächstes Mal da mit mir eben. So, dann drehen wir nochmal eine Runde. Oh, sieh uns ein paar fette Fische an Land hier. Na, los, die 52? Uhhh, war da nicht. Na, wieder nicht. Ach, das ist so wenig. Ach, ich bin so wenig. Oh, das ist so wenig. Oh, das ist so wenig. Oh, das ist so wenig. Das schaff ich ja überhaupt nicht. Jetzt darf es auch mal eine Runde Freispiele geben. Hier. Und nun aber. Saftkiste. Da. Zu frühe Freude. Zu frühe Freude. 1,2,2,2,1,3,4,4,2,1,2,2,2. Aaah! Oh, ha. Nichts Schöne zu holen hier, einmal nix. Und es gibt mal eine Wunde, Magic Tree. Ich habe einen Wunderschöne zu holen hier. Hier ist der Action-Game. Oh, es kommt ein paar mehr Elfen. Na, alle ausgewandert. Oh, es kommt ein bisschen. So, Action-Game. Jawoll. Gar nicht mal so schlecht. Damit können wir durchaus leben. So, heute mal eine Runde. Triple Flame. Hey, sagen wir mal 10. Starten wir mal auf einem Euro. Mal erhöhen können wir immer noch. Da haben wir schon die erste. Keine. Na, einer. Gute. Gute. Das war's. 13 Euro Son-Judith Bild. Das ist ja wieder kläglich. 2 oder 3 mal Feuer bitte. Kleine Erhöhung. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 15. Puh, mal wieder nichts und mal eine kleine Runde Zippa. Ah, los geht's. Los, mehr Zylinder. Boah, geht's krank. Gibt's auch nicht. Tja, das war immer nichts. Niedlich. So, dann gibt's mal hier 10 Freispiele. Feuer frei. Oh, da kommt ja schon wieder wenig um die Ecke hier. Okay, das war nicht der Brüller. Zarte 9 Euro. So, dann mal hier 10 Freispiele. Feuer frei. So, dann mal hier 10 Freispiele. So, dann mal hier 12 Freispiele. Na, nisch gescheitert. Oh, da gibt's ein bisschen was. Naja, geht doch. Her damit. Latte 200, sehr schön.